Willkommen zum ultimativen Tech-Test, Teil 4. So, fangen wir mal mit der Streckenbeschaffenheit an, die ist an dieser Stelle zwar nicht asphaltiert, aber super fest, der Sandboden. So, ups, zur linken gerade verpasst, ein Durchfahrtsverbot. Moment, da sollte doch der Track langgehen. Aber so wie das aussieht, scheinen da die Schilder irgendwie falsch aufgestellt zu sein. Baustelle, was für eine Baustelle? Wollen wir mal gucken, ob hier irgendwas Baustelle ist. Baustelle, wo bist du? Baustelle, wo bist du? Baustelle, wo es Na, sondern auch nach chip links손undig. Baustelle, was ist bestimmt, 20,000 dólares geweint Baustelle, wo bist du? Baustelle, momentanisch, momentanisch? Das war ein kleines Weißk Clara Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, das soll die Baustelle gewesen sein? Das sieht ja nicht unbedingt danach aus. Oder? Na ja, ein Bagger steht da. Hmm, deswegen da hinten das Schild? Na, ich weiß nicht so recht. Hmm, ich weiß nicht so recht. So, jetzt wieder einige Abschnitte. Diese wunderschöne norddeutsche Allee-Wald-Land-Straßen. Aber, na ja, Trail, wie gehabt, kann man das nicht wirklich nennen. So, wir nähern uns auf Landstraßen. So, wir fahren den Köhner Seen. Genau genommen fahren wir über die Enge zwischen Dixie und Bela See. So, wir huschen einmal durch Timmendorf durch und biegen direkt danach auswärts ab in Richtung Malette. Das Highlight der langen Übergangs-Asphalt-Etappe hätte ich fast verpasst. Hier zur Linken gibt kurze Abkürzung durch den Wald. So, wir brauchen den Köhner Seen. Da ich den Abzweig nach rechts verpasst habe, musste ich einmal die Schleife wieder zurückfahren und konnte hier einfach nur direkt über die Straße rüber den Tett weiter folgen. Im Übrigen echt spannend, wie viel Mais inzwischen hier in Norddeutschland angebaut wird. Und auch diese Strecke sehr schön, wunderbarer Aussicht, echt tolles Erholen. Super Entspannungsfeeling, wie ihr seht, das Licht war echt toll, es hat echt Spaß gemacht, wunderbar. Wenn ich auf meine Uhr gucke, haben wir jetzt 16 Uhr. Blick auf den Tankstand, halb voll. Wenn alles glatt läuft, sollte das reichen, denn das ist so ungefähr kurz vor Hälfte der Strecke. Ich bin noch nicht am nördlichsten Punkt der Route angekommen, aber das ist ja bald. Ich bin noch nicht am nördlichsten Punkt der Route angekommen, sondern das ist ja bald. Es ist ja bald, dass ich hier auch nicht am nörderste, weil es hier nicht so weit ist. Ich bin noch nie an, aber sagen Sie, wie ihr seht, das ist ja bald. Ich bin noch nicht am Nördlichsten Punkt der Route angekommen. Aber ich bin noch nicht am Nördlichsten Punkt der Route angekommen. Aber ich bin noch nie an, wenn ich übrigens hier nicht am日ft, aber es geht um Nördlichsten Punkt des Mözes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und der fünfte Streich folgt zugleich Bis zum nächsten Mal